Technikabteilung Einrichtung Das Labor braucht noch ein bisschen und anschließend können wir hier noch weitere Einrichtungen bauen Das heißt vielleicht sogar noch ein zweites Labor daneben aber ich warte erstmal bis dieses hier fertig gebaut ist und Gegenstände brauche ich glaube ich auch nichts Pulsbogen, Medikit, Scope, habe ich alles noch Satellit können wir noch nicht weil wir auch noch keine Kontrollstation haben das heißt wir können jetzt eigentlich nur wieder in die Einsatzleitung gehen aber Lagezentrum will ich noch mehr in China kontrollieren Oh, Indien und China, beides auf hier So, offene Aufträge habe ich nichts weil ich bisher auch jeden Auftrag angenommen habe denke ich und Schwarzmarkt unsere Ratsmitglieder haben ihr Interesse an einigen von uns entdeckten Artefakten bekundet wir sollten dennoch vorsichtig damit sein welche Gegenstände wir freigeben das Forschungsding kennt ihren Warenwert vielleicht noch nicht Ja, es bringt auch nicht viel wenn ich jetzt Alien-Legierungen für zwei verkaufe wer weiß für welche Forschung ich die nochmal brauche Dann haben wir ein paar erfahrene Leute unter uns Man braucht Mumm, um sich zu einem Ding zu stellen Moment, da stand was hat keinen Forschungsnutzen und kann frei verkauft werden Ja, stimmt das auch? Ja, ich traue mich trotzdem nicht das zu verkaufen Tut mir leid wenn ich jetzt in Arga Geldnot wäre vielleicht aber so nicht Gut, also wieder in die Einsatzleitung Und wir haben Strahlenwaffen erforscht Sehr schön Okay Wir können also Laserpistolen und Lasergewehre herstellen Mal sehen, wie gut die sind Achso, die Laserpistole muss nicht nachgeladen werden Andererseits schießen wir auch nicht mit der Pistole normalerweise Höchstens unser Scharfschütze könnte das mal machen Wenn er sich bewegt hat, dann kann er mit der Laserpistole noch schießen Und das Lasergewehr Hat eine höhere Feuerkraft gegenüber dem normalen Sturmgewehr Ja, ist auch nicht schlecht Und jetzt können wir mal andere Sachen erforschen Und zwar irgendwas, was schnell geht Es geht entweder experimentelle Kriegsführung Oder Sektuidenautopsie oder Dünner Mannautopsie Ich bin einfach mal neugierig, was die experimentelle Kriegsführung ist Und jetzt auf in die Technikabteilung Und dann kaufen wir Nichts Weil uns Ingenieure fehlen Ach, guck Ja, wir haben noch nicht mal 10 Ja, dann brauchen wir erstmal ein paar Ingenieure, auch gut Dann geht es direkt wieder in die Einsatzleitung Gleich ist unser Labor fertig Haha, Theorie hier So, wir haben noch 4 Energie übrig Ein Satellitenkontrollzentrum wäre super Braucht aber 5 Energie Und 150 Geldeinheiten und 10 Ingenieure Das haben wir alles überhaupt nicht Kraftwerk brauchen wir später Das heißt, wir können jetzt nur Werkstatt oder Labor Dann bauen wir das zweite Labor neben das erste Labor Kriegen wir noch 10% extra Forschungsgeschwindigkeit Ach, 7 Ingenieure haben wir, da steht es ja Mal sehen, wie lange die Forschung jetzt dauert Ja, okay, das dauert immer noch 3 Tage Aber ich glaube, der Präzisionslaser, der hat vorhin noch 12 gekostet Und jetzt nur noch 10 Tage Schalenrüstung hat 10 gekostet Jetzt noch 9 Gut, Einsatzleitung Eingehende Übertragung Wir sind vom bisherigen Erfolg des Excom-Projektes sehr beeindruckt, Commander Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so Ja, geil, Wertung A, das ist doch was Also wenn das nach diesem amerikanischen Schulnoten-Prinzip geht Gibt es ja Wertungen von A bis E Eventuell noch ein S oben drüber Also als beste Wertung sind wir mit A doch ganz gut Zwei Ratseinsätze, ein Ufo abgeschossen, zwei Entführungen veraltelt, ein Satelliten gestartet Sechs Forschungen abgeschlossen, ein Ufo gestürmt, das scheint sich alles auf die Wertung auszuwirken Und achso, genau, ein Monatsbericht, das heißt wir bekommen jetzt Knete 455, drei Wissenschaftler dabei, ein Ingenieur, haben wir acht Ingenieure, brauchen wir noch zwei Das sieht doch alles sehr vielversprechend aus Machen wir weiter Wir bleiben in Kontakt, Commander Mit dem Geld können wir noch was machen Und zwar konnten wir glaube ich in der Kaserne, in der Offizierschule noch irgendwelche Sachen bauen Soldaten erholen sich schneller, das ist gut Und sie kriegen mehr Erfahrung, das ist auch gut Allerdings haben wir nur 300 Credits, der Monat ist lang Und jetzt am Anfang des Monats wollte ich noch nicht die ganze Kohle wieder raushauen Wir brauchen noch bestimmt einiges Für den Satelliten oder irgendwas in der Richtung Ich warte nochmal ab Das heißt zurück in die Einsatzleitung Und nach Aktivitätsscanner So, was macht denn unsere Experimentalkriegsführung? Wir können jetzt eine Gießerei bauen Und eine Phönixkanone Ah, die Phönixkanone kann als Bordwaffe eines Abfangjägers eingesetzt werden Das ist doch schön Letztes Mal wurde unser Abfangjäger ja halb zu Klump geschossen Als wir dieses Ufo angegriffen haben Gut, und wahrscheinlich brauchen wir erst die Gießerei Damit wir denn die Phönixkanone bauen können Also dann, wir schauen mal Achso, ne, ist doch was anderes Wir können also Gegenstände, die wir schon haben Noch verbessern Dann forschen wir jetzt Ja, jetzt machen wir mal die Autopsie Hier zwei Tage jeweils Und das nächstschnellere wäre sieben Tage In der Zeit haben wir die beiden Sachen schon erforscht Dann autopsieren wir mal so einen dünnen Mann Der Große wird inoffiziell als dünner Mann bezeichnet Erste Tests haben ergeben, dass die Aliens versucht haben Die genetische Struktur zu verändern Um ihn möglichst menschlich aussehen zu lassen Bei näherer Betrachtung fällt jedoch auf Dass die Veränderung der Augen Die wie Reptilienaugen aussehen Problematisch gewesen sein muss Ich glaube, mein Appetit ist mir gerade vergangen Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander Wir sind über jede Hilfe hier unten froh Ich auch Ja, wir bauen mal eine Der kleine Eindruck, den ich von ihrer Technologie habe Sagt mir, es gäbe nicht viel, das sie aufhalten könnte Wenn es ihr Ziel wäre, die Erde einzunehmen Ich vermute, sie haben etwas anderes vor Und jetzt brauchen wir als nächstes Gebäude Auf jeden Fall was, was Energie bringt Und das Kraftwerk erzeugt sechs Strom Und das Erdwärmekraftwerk Wer eigentlich besser bringt Direkt 20 Strom Müssen wir über Dampf bauen Jetzt gucken wir mal, wo haben wir Dampf Hier unten Das heißt, wenn ich einen Aufzug baue Können wir da dann Ein vernünftiges Erdwärmekraftwerk hinsetzen Haha Okay Dafür fehlt uns eigentlich Energie Also müssen wir doch erst ein normales Kraftwerk bauen Hier hinten können wir ja nicht, ne? Ne Gut, dann geht's wieder in die Einsatzleitung Okay Ägypten will drei Pulsbögen von uns haben Und wir bekommen dafür drei Wissenschaftler Wir tauschen also Geld gegen Wissenschaftler Das ist, glaube ich, ganz gut Müssen nur eben zwei Pulsbögen bauen Das heißt, wir machen das nicht jetzt Gehen zurück in die Technikabteilung Kostet 56 dann für uns Okay Und jetzt Ins Lagezentrum Offene Aufträge Gegenstände ausliefern Okay Mit dem größten Vergnügen Ja, gern geschehen Und jetzt